So, dann sind wir jetzt hier aber runterfliegen und wir fliegen. Alter, ich bin... Nein, nein, jetzt red ich. Nur weil ich auch auf Cover war. Nein. Oh mein Gott, nur weil ich auch auf Cover war. Okay, wir fliegen mal hier oben hin, komm. Wir holen uns irgendein Auto oder so und dann pushen wir einfach übelst. So, zack. Erstmal ein bisschen Loot rappen und dann werden wir Leute sehen oder ich irgendeinen Riss finde, wo ich dann rein gehen kann. Dann die Stein, ja. Freunde. Erstmal ein Flutschild. Herr ist ob. Jetzt ist wirklich ein Gegner gelandet. Nein, doch. Ah, ich sehe ihn. Der wird jetzt auseinandergenommen. Eine Ewigkeit später. So, wir müssen jetzt da hin, ne? Ich muss mich bereit mal für den Zugriff. Wo ist er? Ja, der war doch eben hier. Oh, der ist ein Bruder. Der ist eine Schnitzeljagd oder was? Der ist ja auf K. Autsch. Autsch. Aua. Autsch. 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 Baller, ey, was ist das für ein Spiel? Hm? Bruder, du gehst denn so hart mit deinem Auto auf den Sack, ey? Oh! Bruder! Ich hab gefühlt, ne? Zehn Leute angehltet. Alter. Ich hab noch nie so ein komisches Gameplay gehabt, Mr. Joke. Zwölf Sekunden später. Ich habe gar keine Ehrmol mehr. Das kann ja was werden. Nicht genügend Munition, um das hier nachzuladen, das ganze Dreck hier. Nein, Blut, bleib stehen! stopp ich habe noch ein launchpad oh man das tut mir so leid für den boy ich habe gar nichts geleistet ich muss alle vier gedrückt haben und installiert haben wenn mir sowas passiert wo ich jetzt vielleicht auch mit ich wäre vielleicht auch nicht ganz ausgerastet kommt halt dein maul als ob dabei gerade beide gestorben sind es ist so kam ich krieg auf die schnauze nein 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 verpiss dich komm bitte lass mich leben ok das war's ja 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 Ich bin grad übelst überfordert. Gut, Luis. Chill. Chill, chill, chill. Alles ist gut. Ich bin ja nicht grad halb verreckt. Das ist erstmal nicht die Zone, Luis. Alles ist gut. Alles ist gut. Komm, alter. Ich hab noch nie so einen krassen, enormen Fight gehabt. Also ich hatte schon mal bestimmt einen, aber... Komm. Drei Wochen später. Ich bin so ein Trottel. Aber warum war der? Noch genug Abstand, dass ich hier noch schön... Noch nicht... Dass er... Das nicht. Danke, dass er dort macht. Ja, das natürlich. Das war's für heute. Mein In... Es leckt grad. Man, RPG ist so OP, halt. Das ist so unfair. So eine Kacke. Man, RPG ist so unfair. Und ich hab keine Metz mehr. Scheiße. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch.